Diese einzigartige Mischung aus geilen Buddies und super Gags, die gibt es eigentlich nur in Daniel Aminati Fitness Videos auf Instagram oder demnächst auch bei ProSieben im Programm in seiner Küche. Aber auch hier bei Baywatch Berlin möchten wir das anbieten, weil diese Kombination, das habe ich jetzt festgestellt, ich habe das jetzt oft geguckt, das ist schon sehr anstrengend schon zum Gucken. Wo hast du das geguckt? Bei Instagram. Es ist schon sehr anstrengend zum Sehen. Man muss gar nicht mitmachen und man hat bereits ein angestrengtes Gefühl danach. Und Daniel Aminati, der kann leider heute nicht hier sein, der liegt mit ganz schlimmen Bizeps im Bett. Wir wünschen alles Gute, alles Liebe an dieser Stelle und übernehmen, sagen wir mal, diese Kombination für die Ausgabe Baywatch Berlin oder? Weil das ist letztendlich das, was man will. Man muss das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen. Man darf aber auch nicht vergessen, sich selbst zu aktivieren. Man muss das, was man als Körper nun mal bekommen hat, ob man das jetzt nun jeden Tag braucht in der Corona-Krise oder nicht, muss man benutzen und dann geht es einem besser. Sei wie Aminati ist das Stichwort. Wobei wir wirklich hier so ein bisschen das Gegenteil sind von einem Fitness-Video, oder? Also das ist eigentlich der Gegenentwurf zum Aminati-Video. Wir sitzen hier bräsig, schwer, glotzen blöd und die Leute nehmen nichts mit. Also nicht mal Fitness. Aber der macht Power-Workout die ganze Zeit, ja. Es reicht sich, das anzugucken. Aber ab wann läuft das? Läuft das jetzt schon? Was, bei ProSieben? Ja. Das weiß ich nicht. Habe ich nur gehört. Irgendwie mittags, ne? Also wirklich, ich glaube von 11 bis 12 Uhr oder 12 Uhr bis 1 Uhr mittags. Ja, das ist aber gut. Das ist eine gute Zeit. Ja. Ja, also ich werde da mitmachen. Bist du da aktiviert? Ich werde da mitmachen. Ich werde da wie so ein Dotwin am Fernseher kleben und werde mitmachen. Das waren noch Zeiten, als es noch Dotwin gab. Das war so ein weißes Plättchen, das hat man an den Fernseher geklebt, wenn es eine Dotwin-Sendung gab und dann hat sich dieses Plättchen, Achtung, aufgeladen, habe jetzt ganz doll gezwinkert in die Kamera für die Podcast-Hörer. Und was konnte man damit nochmal machen? War das sowas wie Langoliers? Das war dann so, das war eine ganz, ganz pfiffige Technik, die ProSieben da auf den Markt geschwemmt hat. Natürlich konnte man irgendwann diesen aufgeladenen Dotwin einschicken bei ProSieben. Und die haben dann ausgelesen, wie viele Stunden Dotwin-Sendungen da geschaut wurden. Und je nachdem, wie viel man den aufgeladen hat, hat man dann irgendwelche fett-den-fett-denn-Preise bekommen. Ach so. Treuepunkte. Ja, das ist wie Treuepunkte. Ist es ein Payback gucken? So ungefähr, ja. Und das war natürlich nicht einfach nur so ein Plastikmüll, den sich Vollidioten an den Fernseher geklebt haben, sondern das war wirklich eine ganz ausgleichbare Technologie, die man gratis in der Fernsehzeitung bekommen hat. Ach so, das ist ja... Übrigens, das ist ein tolles Thema, so Fernsehzeitungstrends, bei denen man mitgemacht hat. Ich habe sie nämlich alle mitgemacht. Ich habe beim Dotwin mitgemacht. Fand ich sensationell damals. Ich habe aber auch immer die TV-Spielfilme gekauft, wenn da diese 3D-Brille war, weil bei ProSieben wieder 3D-Tier-Dokus liefen. Oh. Die waren aber nicht so gedacht. Und das ging auch, glaube ich, nur auf dem Röhrenfernseher. Dann hast du so eine Brille aufgesetzt, eine rote Folie, eine blaue Folie und hast dir ein bisschen vorgekommen wie so ein Star-Wars-Raumschiff. Und dann hast du da Tier-Dokus geguckt. War ich begeistert. Und dann habe ich immer meine Mutter gerufen und gesagt, ich sehe jetzt hier das Zebra dreidimensional. Ja, diese ganzen Sachen haben bei mir nie funktioniert, weil ich rot-grün blind bin. Also ich habe wahrscheinlich 50% meiner Kindheit vor diesen wirren Mustern in diesen Büchern verbracht, wo dann, wenn ich das ganz langsam von der Nase wegbewege, sollte da sich so ein Dinosaurier herausbilden aus diesem Ding. Ja, das funktioniert aber nicht, wenn du rot-grün blind bist, funktioniert das mit den meisten dieser Anordnung auf diesen Bildern nicht. Das ist wirklich mal ein plüffiger Fakt. Finde ich sehr verblüffend, ja. Wusste ich nicht, dass das mit rot-grün... Naja, wenn das zumindest aufgebaut ist durch rot-grün, irgendwie, du kriegst das da nicht hin. Du kriegst auch so einen Sehtest, wenn du dich zum Beispiel vom Amtsarzt oder wer das auch immer ist, dich gesund schreiben musst, damit du auch in der Lage bist, eine Ausbildung zu machen oder so. Du musst dir dann ja irgendwie so von einem Allgemeinarzt eine Bestätigung holen, dass du das machen kannst. Und der hat damals, als ich gesagt habe, ich will jetzt Friseur werden, musste ich da eben auch hin für die Handwerkskammer oder so, musst du dann sowas ausfüllen lassen. Der hat mir dann sowas da hingelegt und dann musste ich aus so einem, sah aus wie so eine 70er-Jahre-Tapete und dann musste ich dann so eine Nummer raussehen. Ja. Und dann habe ich das aber nicht gesehen. Da habe ich gesagt, das ist für mich ein bunter Haufen Farben. Ein Vogel. Nein, es ist eine Zahl. Bitte sagen Sie Zahl. Ja, es war einfach nichts für mich zu sehen. Dann hat er gesagt, ja gut, Sie sind sehr stark, rot-grün blind. Was wollten Sie nochmal werden? Ich habe gesagt, Friseur. Dann hat er gesagt, ja, müssen Sie selber wissen, ob das jetzt so die beste Wahl ist. Und du wusstest es selber. Naja. Los ging's. Na, ich wusste selber genau, dass ich trotzdem jetzt Friseur werden wollte. Und das stand mir natürlich auf dem Weg. Warst du so der Gerd Postel eigentlich? Gerd Postel des Friseurhandwerks. Ich habe mich so ein bisschen Catch-me-if-you-can-mäßig da durchgelabert. Das stimmt schon, ja. Gerade wenn du Grüntöne nicht erkennst, das ist natürlich total blöd. Aber wie viele Omas sind da mit roten Haaren rausgegangen, die grüne bestellt hat? Das ist ja sowieso so ein Ding. Guck mal, es gibt doch Omas, das wollte ich sowieso mal aufklären, weil ich da eine Theorie zu habe. Es gibt doch Omas mit so lila Haaren. Und das sind jetzt keine Punk-Omas, die irgendwie große Fans sind von Johnny Rotten und im London der 80er Jahre irgendwie auf Punk machen wollten, sondern das sind ganz normale Omas, die immer grau oder weiße Haare hatten und irgendwann angefangen, so lila Haare zu haben. Sieht man mal beim Bäcker solche Omas. Das sieht ja teilweise auch gut aus zu so alter, grauer, aschfahler Haut. Das passt ja zueinander, aber trotzdem würde ich sagen, so eine unnatürliche Haarfarbe, ich glaube, das ist aus einem Unfall heraus entstanden, dieser Trend. Ein Friseurunfall. Ja, pass auf, es gibt nämlich folgendes, damit graue Haare, also es gibt ja nur weiße oder farbige Haare, nur die Durchmischung der Haare, da entsteht ein grauer Effekt. Also es sind im Prinzip weiße Haare und manchmal ist die Übergangsphase von noch farbiger Haare bis hin zu weißen Haaren, sieht manchmal nicht ganz so schön aus. Und deswegen wünschen sich Omas, dass sie silbrig glänzende Haare haben. Omas wünschen sich. Das wünschen sich Omas. Und dann bietet man als Friseur folgendes an, dass man sagt, man könnte jetzt mit einem sogenannten Silbershampoo was machen. Das ist jetzt keine klassische Farbe, die man da aufträgt. Weil es sowieso sehr schwierig ist im aufgerauten, borstigen Haar, was Omas mit dabei hat. Was? Ich habe ein borstiges Haar, junger Mann, was sagen Sie denn da? Das ist nun mal so. Das weiße Haar, aus dem die Farbstocher irgendwann mal rausgefallen sind, weil es ist wie so eine offene, wie heißen diese Dinger, die vom Baum fallen? Äh, Borke, ähm, Tanne, ähm, ähm, äh, Kuntratze Maus, ähm, nee, was meint ihr denn? Ja, so ein, wie heißen die denn? Was denn? Blätter? Nadeln? Diese Dinger. Zapfen. 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 Ey. Sehr gut, Schmidi, Punkt. Also, stell dir mal vor, das ist wie so ein offener Tannenzapfen. So ist das alte, graue Haar. Ja, so. Das heißt, es ist sehr borstig. Ach, das ist das, was sich in der Shampoo-Wärmung immer so schließt. Das schließt sich. Dann sieht man das immer wieder so aufgauen, dann schließt sich das. Wie bei Palina, die da ganze Tannen, äh, äh, so Bäume. Ja. So ist es. Weihnachtsbäume hat die irgendwie an den Haaren gehabt. Ja. So ist es, genau. Und das schließt sich dann, dadurch wird das Licht dann gleichmäßig reflektiert, wenn das geschlossen ist und dadurch glänzt es. Ah. Ansonsten wird das Licht in der Reflektion gebrochen. Braucht man da nicht Ceramid für? Man kann das zukleben, was auch immer man will. Das heißt nicht unbedingt, dass das Haar dann gesünder ist, aber was ich sagen wollte, ist, man bietet den Omas dann an, mit Silbershampoo zu arbeiten. Und das ist komplementärfarbenes Shampoo. Das heißt, es ist sogenanntes, so lilanes Shampoo. Ach. Das ist komplementärfarben zu gelb. Also es liegt sich im Farbkreis gegenüber und das bietet man den Omas an. Das macht man auch, wenn zum Beispiel die, die blond gefärbten Haare ein bisschen zu gelb geworden sind, kann man das benutzen. Und ich glaube, dass es irgendwann mal ein Unfall war, dass ein Friseur versehentlich einer Oma lila-violette Haare gefärbt hat und ihr dann in seiner Not, weil ich das auch immer gemacht habe, der Oma erklärt hat, dass das super geil aussieht. Damit die nicht das Geld zurückhaben will. Ja. Damit die nicht sagt, das bezahle ich nicht. Sondern damit die da stolz vor den anderen Omas rumläuft. Und der hat die mit so viel Selbstbewusstsein aufgepumpt, dass die losgegangen ist, dann zu ihren Omas zum Kaffeekränzchen gegangen ist, die Nachbarin und gesagt hat, guck mal, wie schick ich aussehe und dann hat sich das wie ein Lauffeuer in der Senioren-Szene rumgesprochen und seitdem ist das weltweit ein Trend und irgendwann wird es nicht mehr hinterfragt, weil es bereits da ist, wie Mode immer passiert. Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir nach jeder Sendung zu ProSieben sagen, oh, super Sendung, oder? Ja. War wieder super, oder? Ja. Self-fulfilling prophecy. Oder wie Thomas Martins immer sagt, das war doch eine schöne, bunte Sendung. Ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, aber das sind so kleine Friseurfakten, die ich durchaus mal erzählen kann. Also wenn euch weiterhin irgendwelches Friseur-Fachzeug interessiert, kann ich euch das gerne nochmal erzählen. Ich bin verblüfft, weil das wirkt wirklich wie Hand und Fuß, so seriös, wie ein seriöser Friseur, die sogar Komplementärfarben benutzt und so. Ja, ja, ich weiß so Sachen. Achso, genau, es liegt an meiner Rot-Grün-Blindheit. So waren wir drauf gekommen. Genau, und ich habe also praktisch meine ganze Ausbildung über bestimmte Farbtöne einfach nicht erkannt und habe auch davon profitiert, dass man sowieso viel lügt als Friseur. Man sagt ja auch nicht Grün, man sagt Asch. Bei wie vielen Frisuren, sagen wir mal, du hast zehn Frisuren geschnitten und bei wie vielen denkst du dir, ach du Scheiße, das habe ich verbockt? Ich kann eine einzige Frisur. Also in Varianten. Ich kann eine... Na, aber früher, in der Ausbildung. Ja, eben, da auch. Ich kann eine einzige Frisur... Das reicht, ja? Ne, das reicht überhaupt nicht. Da musst du ganz viel Ablenkungsmanöver anwenden, damit das reicht. Es reicht nicht so richtig. Ich kann eine Kurzhaarherren... Also so, meine Frisur, wenn sie frisch geschnitten ist, die kann ich gut und die kann ich noch in zwei, drei Varianten. Das war's, mehr kann ich nicht. Und wie kamst du deiner Fünf in Dauerwelle? Also was ist da das Problem? Das Problem ist, dass man zum Beispiel... Willst du es genau wissen? Ja. Also du hast zum Beispiel sehr kleine Wickler. Ja, das sind also jetzt keine Wickler, wie du sie dir vielleicht vorstellst, auf die man dann nachher eine Frisur ausfrisiert, also die nur geföhnt wird. Sondern ich arbeite mit so ganz kleinen Wicklern, die am Ende... Ich arbeite mit. Die also am Ende auch aussehen wie so ein Mini-Plee. Also wenn jetzt Tony Marschall oder Bernhard Brink sagt, er möchte jetzt eine neue Dauerwelle haben... Es fällt einem keine neue Referenz ein, weil die Frisur ausgestorben ist eigentlich, ne? Ist ein bisschen wie Bobtails Ende der 80er Jahre, also das gibt's einfach nicht mehr. Kumpels von meinem Vater, zum Beispiel der, über den wir schon mal geredet haben, der Hühnchen, der hatte so einen richtigen schönen Mini-Plee. Das war ein LKW-Fahrer und das war eben schick und da hat er auch richtig Geld und Zeit investiert, damit das immer wieder so war, ne? Und da musst du die Spitzen, die Haarspitzen musst du mit Spitzenpapier, musst da drüber und die dürfen nicht umknicken, weil wenn die umknicken, dann fallen die nachher ab. Ja. Ja, das heißt, die musst du also genau in das Spitzenpapier reinlegen und dann musst du die genau aufwickeln und so und wenn du dann anfängst, praktisch oben, wenn es oben schon ein bisschen schief wird, dann wird die Reihe komplett schief. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Die musst du ja untereinander setzen. Und das habe ich halt nie hingeredet und ich habe das nachts dann geübt, ich hatte einen Schlüssel für meinen Friseursalon und habe dann abends oder nachts, dann habe ich immer super viel gekifft und dann habe ich mich in dieses kleine Räumchen eingeschlossen, wo so ein Puppenübungskopf war, den habe ich so am Tisch so festgedreht und dann habe ich den kompletten Puppenübungskopf, einfach ganz laut Musik angemacht, habe wie gesagt ein paar Doobies mir reingeschossen und dann habe ich das geübt und geübt und in der Hoffnung, ich werde da so hineinfallen, weißt du, das gibt es ja manchmal, wenn man sich so mit so einer kleinen Tätigkeit befasst und man gekifft hat, dann kann man nicht mehr aufhören, das zu machen. Da ist die Konzentration meist ganz besonders hoch, wenn man kifft. Manchmal ist es so, dass man an nichts anderes denkt, als die Sache, die man gerade macht und das habe ich gehofft. Also wie wenn man besoffen halt eine neue Fremdsprache viel besser spricht. So hast du gedacht. Wahrscheinlich. Kiffst dir da einen weg. Ich bin auf jeden Fall zwischendurch so Aggo geworden und man hat so einen Stielkamm, das ist so ein Kamm mit so einem kleinen Metallstab dran, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Dann meteilt man die Haare ab und so weiter, das braucht man dafür. Und mit dem erinnere ich mich noch, dass ich teilweise solche Wutanfälle hatte, dass ich alleine in diesem Friseursalon nachts in diesem Räumchen mit diesem Stielkamm auf diesen Gummikopf eingestochen habe. Wie so ein Irrer, wie ein Verrückter. Ich habe mir eh schon vorgestellt, wie das für die Leute war, die da in Oldenburg nachts an dem Laden vorbeigegangen sind. Nur so eine Funzel an, die Rauchschwaden im Raum und du hackst da auf diesen Kopf an. Ja, das ist genau. Du hast auch so aggressiv gemurmelt. Oldenburg Psycho. Ja. Ich würde gerne heute mit euch ein bisschen über Gruppenzwang sprechen, weil ich einen Artikel gelesen habe, der mich sehr bewegt hat. Oh. Das hat mich bewegt. Und zwar scheint Gruppenzwang keine Frage des Alters zu sein. Man geht ja so ein bisschen manchmal davon aus, das ist sowas, man ist 14 und die anderen zwingen einen so ein bisschen zum Rauchen und man macht dann halt so mit, um auch cool zu sein. Aber der Gruppenzwang hält auch vor einem 64-jährigen Rentner nicht halt, macht er nicht halt. Der hat ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk von seinen Freunden bekommen, nämlich eine Fahrt mit einem Düsenjäger. in Frankreich mit einem echten Düsenjäger. Und die haben auch so lange versucht, das geheim zu halten, was denn nun die große Überraschung ist, dass der alle wichtigen Sicherheitschecks so ein bisschen praktisch nicht gemacht hat, damit er die Überraschung nicht verraten wird. Bis kurz vor dem Einsteigen in diesem Düsenjäger, also der ist praktisch hinter dem Pilot, hat er gesessen. Haben die das nicht gesagt, was jetzt passiert und haben dann gesagt so, hey, Überraschung, du fliegst jetzt mit einem Tornado. Und der Typ so, ja, also der hatte gar keinen Bock, hat sich's auch nicht zugetraut, was sich später auch als richtige Einschätzung herausstellen sollte. Und hat dann aber gedacht, Mensch, jetzt sitzen die da so und die haben da jetzt alle zusammengelegt für die Nummer hier und jetzt sind wir hier extra nach Saint-Dizier zum Luftwaffenstützpunkt gefahren. Jetzt kann ich jetzt schwer sagen, nee, wir steigen jetzt wieder ins Auto und fahren nach Haus. Also ist der da rein. Und jetzt liest man hier in verschiedenen Zeitungen heute und gestern, dass dem jetzt so ein bisschen schwummig wurde auf diesem Flug. Und der hatte keinerlei Fähigkeiten, die es braucht, um da jetzt mitzufliegen. Also hat der in der Panik irgendeinen Knopf gedrückt und das war dann dieser Notsitz. Der hat praktisch. Der Schleudersitz. Der Schleudersitz. Und das kam jetzt raus als Riesenskandal auch und der erschüttert gerade Frankreich, wie es sein kann, dass ein 61- oder 64-jähriger Rentner in einem Düsenjäger landet, so in Panik gerät, dass er diesen Knopf drückt und den Schleudersitz aus ist. Der ist dann da rausgeschossen, hatte nicht mal richtig einen Helm auf und ist nur durch ein Wunder, durch ein gigantisches Wunder unverletzt geblieben. Aber er war völlig überwältigt von G-Kräften, die da auf einmal, also weißt du, das finde ich so eine schöne Metapher für sowas, du bist in etwas reingeraten. Du hast dich etwas reinquatschen lassen. Jetzt wollte ich euch mal fragen, ist euch auch sowas mal passiert, dass ihr irgendwie so durch so ein paar Umstände in sowas reingerannt, wo man nicht mehr rauskommt? Naja, es ist eigentlich Duell um die Welt immer, muss man ja sagen. Duell um die Welt eigentlich immer, genau. Dann befindest du dich in Situationen, aus denen du irgendwie nicht mehr rauskommst. Genau, weil es dann meistens auch einfach zu teuer oder zu peinlich oder zu unhöflich ist, jetzt zu sagen, Schluss, aus, Ende. Und das sind teilweise gar nicht die Sachen, mit denen man rechnet. Man rechnet ja mit der großen Aufgabe, aber es gibt dann manchmal Momente, in denen sitzt du dann da und denkst dir, was machst du denn jetzt? Und dann muss man eben die Karte des unhöflichen Gastes ziehen und sagen, nee, ich mach das jetzt nicht. Nach allem hin und her, ich weiß, es kommt jetzt nicht gut an und vielleicht beleidige ich auch gewisse kulturelle Gepflogenheiten jetzt hier, indem ich einfach sage, nein. Aber es muss dann eben so sein. Das passiert schon ab und zu mal beim Duell um die Welt. Keine Ahnung, wenn es um Essen geht, ist es oft so. Also Essen ist immer so ein Thema, mit dem rechnest du nicht. Zwischendurch, irgendwann kriegst du Hunger, dann kriegst du natürlich auch aus Höflichkeit auch was angeboten. Das ist jetzt nicht immer genau das, was man sich zu Hause jetzt machen würde. Wenn man so in den Kühlschrank schaut, würde man jetzt nicht sagen, ach, ich nehme das da. Wie in Korea, meinst du? Oh ja, Korea war hart, ja. Korea, also immerhin Südkorea, aber das hat zumindest den Teil der Reise nicht besser gemacht. Ja, da gibt es sehr spezielle Essensgewohnheiten. Da waren wir auf so einem Fischmarkt und das ist ja das Ding, da ging es gar nicht um die Aufgabe. Die Aufgabe war eine ganz andere. Da lief auch ein bisschen was schief, kann ich ja gleich nochmal erzählen. Aber wir haben uns getroffen auf so einem Fischmarkt und unter dem Fischmarkt, also oben werden irgendwie Fische, teilweise auch welche, die du noch nie gesehen hast, so komische, die so aussehen wie so abgeschnittene Pimmel, die wurden da verkauft. Ganz komisch. Und dann war unter diesem Markt direkt so ein Restaurant und da konnte man das dann essen und das wurde auch sehr direkt gemacht. Also ich saß dann da mit diesem Südkoreaner, mit dem wir uns da getroffen haben, der mir dann das da alles übermittelt hat und der hat gesagt, so jetzt wird mal was gegessen und der hat dann etwas getan, was jetzt auch nicht jeder Südkoreaner jeden Tag isst, aber eben eine Sache, die durchaus als Delikatesse verkauft wird, wurde mir dann da dargeboten und das ist ein lebender Oktopus. Ja, das habt ihr alle gesehen, der ein oder andere im Fernsehen auch, wir haben es natürlich auch gezeigt, aber so eklig. Das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt nicht und das will ich auch nicht. Also weil das finde ich, ist eine richtige Horrorvorstellung. Ich habe mich so gefreut, also mein Lieblingsfilm ist Oldboy und da gibt es eine Szene, wo jemand so ein lebenden Oktopus isst und die Tentakel noch so in die Nase kriechen und so. Ja, so war es da. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Die Kamera war bereit, wir haben die auf die gerichtet, die Musik hatte ich schon so im Kopf, das wird geil. Und dann hast du dich angestellt. Hast du das da so befördert oder was? Nee. Dass die das da mir da hinstellen? Nee, das würde ich nicht machen. Das ist ja, nee. Nee, das war einfach ganz normal. Der Typ wollte das eh essen. Der hatte da mega Bock drauf. Genau, aber tatsächlich, also na klar, ist mir klar, dass ich natürlich in diese Situation gebracht werde. Ich weiß ja, dass du entweder willst, dass ich das mache und mir die Tentakel über im Gesicht kleben oder dass ich da mit großem Zinnober sage, ich mache das nicht. So, ich habe zweiteres getan, aber nebenan am Tisch, da saßen ja welche, das haben wir nicht irgendwie befördert. Die haben das einfach gemacht, weil sie mittags mal Hunger hatten. Da war so ein halb gebratener Oktopus. Also auch, was das auch für eine Quälerei auch ist. Also, da liegt dieses Viech da auf dem Tisch und dann kommen diese Barbaren da mit der Bastelschere und schneiden sich da die Tentakel ab, während die sich noch bewegen wie so Regenwürmer und stecken die sich im Mund. Also, was soll denn das? Ekelhaft. In Korea war es sowieso, also es war alles komisch. Da ist einiges schief gelaufen, ne? Wir sollten da über so ein, also ich sollte da über so ein Seil da rüber laufen, auf dem sollte ich balancieren und dann sollte ich da irgendwelche Übungen machen. Das ist so ein nationales... Stand-Eier-Stand. Stand-Eier-Stand hieß das, was ich machen sollte. Also man, es ist offenbar irgendwie so ein nationaler Sport, über so ein Seil da zu balancieren. Hat Joko recherchiert. Auf dem Seil dann da so Slackline-artig, aber es ist eben keine Slackline, sondern ein ganz normales Seil, so Kunststückchen da zu machen. Und dann muss man sich auf die Eier fallen lassen und dann muss man sich so wieder hoch schießen lassen und dann wieder im Stand auf diesem Seil stehen. Das war meine Aufgabe. Und dann sind wir da irgendwie mit so Leuten in Kontakt gekommen. Naja, das Ding ist halt, wenn man das irgendwie bei der Recherche sieht, dann lacht man sich da tot und findet, das muss unser Klaus auch mal machen, ne? Und dann fährt man da hin und dann merkt man, das hat da aber eine ganz andere Bedeutung. Also es ist der Typ, der das da gemacht hat und den wir da auch kennengelernt haben, der hatte so den Status wie bei uns Thomas Gottschalk. Weil der das so gut kann, sich auf die Eier fallen lassen, auf das Seil und wieder im Stand So wie Thomas Gottschalk. Wie Thomas Gottschalk. Und das ist halt wirklich so ein Nationalheld da. Und wir sind da relativ unbedarft hin und dachten, naja, gut, da werden wir jemanden treffen, der das halt irgendwann mal auch witzig fand und so und damit so jetzt ein bisschen Geld verdient. Nein, das war, ich möchte behaupten, das ist eine Behauptung, aber es spricht vieles dafür, dass der auch nebenbei noch einen Mafia-Klan geleitet hat, der Typ. Ja. Wir sind da in so ein Hochhaus, ins oberste Stockwerk von so fünf mies aussehenden Typen, die mit uns so im Fahrstuhl stehen und uns wirklich Angst eingeflößt haben, ins oberste Stockwerk von einem riesen Hochhaus in Seoul gebracht worden und kommen in den Raum rein und wie in einem James-Bond-Film saß der Typ auf so einem Sessel und hat uns erwartet und wollte, bevor er dieses Stand-Eier-Stand-Ding macht, nochmal mit uns sprechen und fühlen, ob wir bereit sind dafür und wir waren null vorbereitet, wir haben gedacht, wir fahren zu so einer Gag-Nummer und auf einmal wurden wir von dem Typ eine Stunde auf Herz und Nieren überprüft, ob wir mental bereit sind, dieses Stand-Eier-Stand-Ding. Was hat der denn so gefragt? Also was wollte der wissen? Der wollte wissen, wie ernst wir das nehmen, wie viel wir darüber wissen. Und wie ernst habt ihr das genommen? Sehr ernst. Sehr ernst, sehr ernst. Wusstet ihr viel darüber? Ja. Wir wussten alles. Also ihr wolltet die Nummer jetzt nicht irgendwie veräppeln? Nein, nein, nein. Nein, 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 die Kultur von Seoul nach Deutschland bringen. Nein, wir wollten Brücken bauen zwischen unseren Nationen. Und ihr lacht da auch nicht bei? Nein. Okay. Und das Fiese ist, da steht halt die ganze Zeit seine wirklich tatsächlich Bodyguards, die standen in dem Raum wie in einem Mafia-Film, so um dich rum und du saß da wie so ein Schuljunge. Ich muss sagen, er hat ein bisschen eine Kanone da, was so Koreaner angeht. Also ich habe noch nie jemanden, dadurch, dass er so viele Filme guckt aus Korea, hat er wirklich das, wie man sagen, verzerrteste Bild eines Koreaners, was er überhaupt nur haben kann. Dadurch, dass diese Filmemacher, die er da so gut findet, das sind natürlich alles völlig kranke Typen, die ständig da immer alle mit dem Hammer aufeinander einschlagen. Und man muss sagen, wenn man hier einen harten Film aus Deutschland sich anschaut und dann kommt ein harter, also dagegen ist irgendwie Funny Games ein Family-Movie gegen die Filme, die er sich da immer anguckt. Und deswegen hat er so eine ganz merkwürdige... Grundskepsis. Ja, der hat so ein sehr verzerrtes Bild vom Koreaner an sich und ist sehr, sehr, sehr skeptisch mit jedem, der auch noch ein bisschen koreanisch aussieht. Dann nimmt er drei Meter Abstand und hat immer Angst, dass jetzt hier gleich einer mit der Bastelschere ihm die Finger abschneidet. Das stimmt, da muss ich zugeben. Aber du musst auch sagen, das war eine Situation, mit der wir nicht gerechnet haben. Das stimmt, ja. Und auf einmal mussten wir da Rede und Antwort stehen in so einem Mafia-Umfeld. Ja, und dann gab es auch eine Situation, wo ich dann dachte, mit dieser Vorgeschichte und auch mit dieser Grundeinstellung, die wir natürlich mit hineingenommen haben, wir mussten es dann ja trotzdem drehen. Und es war aber auf einmal so eine heilige Stimmung da und man dachte, um Gottes Willen, wenn jetzt hier was schief läuft, da gibt es ja richtig Ärger. Und wie ist der Zufall, so wollte er es lief, dann auch was schief. Ja, eine Sache, mit der ich auch nicht gerechnet hatte. Er hatte dann so einen Assistenten dabei, der gehört wohl zu dieser traditionellen Show dazu. Also einer steht da auf dem Seil und so ein Assistent, so eine Art Moderator, so ein Gag-Typ, der läuft dann unten da vor dem Seil da rum und hält da irgendwelche Reden und hilft einem hier und da auch bei der einen oder anderen Nummer. Und seinen Assistenten, den hatte ich dann dabei. Ich stand also oben in so einem traditionellen Gewand, was mir dann auch mit viel Aufwand erstmal angezogen werden musste. Und er musste mich auch respektvoll verhalten in diesem Gewand. Obwohl du gleich auf deine Hoden springen solltest. So, auf meine Hoden sollte ich springen. Und dann stand ich da oben und der stand da unten und dann ging also unsere Revue da los. Die wir sehr ernst genommen haben. Die wir sehr ernst genommen haben. Weil der Typ saß da und hat das beobachtet. Der hat das beobachtet. Beobachtet ist wirklich euphemistisch für das, was der gemacht hat. Der hat uns beäugt und kontrolliert. Und es waren noch so Musiker da, die das Ganze noch musikalisch verkleidet haben. Stimmt. Das waren wirklich wie so ein Gottesdienst für die. Für das ungeübte Ohr, muss man sagen. Für das ungeübte Ohr klang es ein bisschen wie atonale Musik. Es war aber wahrscheinlich superschön. War herrlich. Genau. Man hat es noch nicht auf genug gehört. Du, Max Giesinger klingt für die vielleicht auch sonderbar. Einer von 80 Millionen sagen die auch, macht das Gequagge aus. Die hören vielleicht Caroline Beil und denken sich, was ist denn da los? Was ist denn da los? Wir hier in Deutschland sagen, klasse, super. Der Koreaner sagt, hm. Der Koreaner sagt vielleicht auch, wer ist denn noch mal Caroline Beil? Vielleicht hat man das in Südkorea vielleicht mittlerweile schon vergessen, wer sie eigentlich ist. Könnte ja sein, weil es ja weit weg ist von ihrem Wirkungskreis. Ich finde, sie ist so berühmt, sie könnte auch in der südkoreanischen Variante da sein. Ja. Von Mastinger. Naja, ich weiß nicht. Können sie auch mitmachen. Ja, laufen in Südkorea noch Wiederholungen von Blitz? Natürlich. Ja, ganz schön Star dort. Was bei uns so das Weihnachtsfest ist, wenn man dann Familie Heinz Becker guckt oder irgendwie Loriot, die gucken sich an, wie die Karoline Ball von den Straußen zerpickt wurde im Dschungelkampf. Ah, siehst du ja. Das war der größte Hit vor zehn Jahren. Ja, das sind so Dinge, die weiß man gar nicht. Die muss man erst mal wieder rausfinden. Nee, schön, dass ProSieben die nochmal da ausgekramt hat. Toll. Ausgekramt klingt gleich so. Riesen, riesen Ruhe. Also wirklich überredet. Ja. Überredet. Mit viel Geld. Es ging gar nicht anders. Ja. So, du warst auf dem Seil. Stand ich auf dem Seil. Unten stand der Assistent. Und der Assistent hatte einen traditionellen, sehr wichtigen Hut auf. Ein Hut, der sehr wichtig war für das, was die da gemacht haben. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass dieser Hut in gewisser Weise auch ein Statussymbol ist für das Duo, was da wohl auch im nationalen Fernsehen oft da ihre Hodenartistik da vorführen. Also in Europa hätte man einen Ferrari auf dem Kopf und der hatte diesen Hut. Der hatte diesen Hut, genau. Und der lief dann da, also direkt an dem Seil lang und ich oben drauf. Und dann dachte ich, komm, jetzt machst du es halt einfach. Lauf da drauf. Denk, irgendwie muss der Tag ja auch vorbeigehen. Und wenn ich jetzt nicht anfange, dann ist es ja auch nie vorbei. Also egal, ob ich es mir nun zutraue oder nicht. Ich gehe jetzt auf das Seil, probiere es halt einmal, verletze ich mich. Egal, ist zumindest vorbei. Ich laufe da drauf, probiere meinen Sprung, rutsche natürlich ab. Ganz normal, so wie ich das mir auch selber erwartet hatte. Ich dachte, alles klar. Ich dachte noch beim Fliegen, dachte ich so, jetzt fällst du hin. Okay, aber dann darfst du wenigstens nach Hause. Dann ist das ja offiziell nicht geschafft worden und so. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass ich beim Runterfallen, offenbar mit dem Fuß, den Hut von diesem Typen noch erwischt hatte. Dann habe ich mit dem Fuß diesen Hut ihm vorm Kopf gefegt. Und dann dachte ich auch noch so, ach ja, sein Hut da jetzt. Soll er mal nicht so ein Theater machen. Man hat sich gefreut. Ach guck mal, ist noch was Witziges passiert. Kann man in Zeitlupe zeigen. Sah lustig aus. Immerhin habe ich den Hut da noch runtergefegt und so. Und dann merkte man aber, dass nur die deutsche Seite des Teams das witzig fand. Die koreanische Seite war doch ein wenig aufgebracht, ob des Hutvorfalls. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Bis man auch rauskriegt, worüber sie sich jetzt aufregen, hat auch ein bisschen gedauert. Bis man dann, wir so festgestellt haben, wir haben die wirklich so rätselnd angeschaut, während die da so total ausgerastet sind. Und Thomas und ich haben die so angeschaut und gesagt, was ist es? Warum sind sie sauer jetzt? Was ist passiert? Und irgendwie nach und nach sagte Thomas, ich glaube, das hat irgendwas mit dem Hut zu tun, nehme ich an. Irgendwie ist er sehr traurig jetzt wegen dem Hut. Was ist denn nun passiert? Und das war so ein Hut, der hatte so eine Art Draht da drin und irgendwelche Steinchen und so. Und das war sehr verbogen alles. Ja, der hat irgendwie, ich glaube, 2500 Euro ist der wert und so. Also das haben die uns erzählt. Aber was geile war, die waren halt nicht so, die waren nicht sauer. Die haben nicht rumgebrüllt oder sonstiges. Wo ich sofort weggerannt wäre, wenn Koreaner brüllen. Da spielen meine Filme wieder eine Rolle. Aber die waren so richtig beleidigt, wie so Schulmädchen. Die waren so richtig, der hat sich weggedreht von dir, hat dich nicht mehr angeguckt, hat nur auf seinen Hut geguckt, hat versucht, das wieder gerade zu biegen. Und der war richtig eingeschnappt. Und die haben nicht mehr mit uns geredet, sind abgereist, haben sich in den Bus gesetzt, sind weggefahren. Aber das war wahrscheinlich, wie wenn du so Bühle und Schälern aus Versehen so die Haare anzündest. Also du hast dem Wahrscheinlich... Aus Versehen. Aus Versehen. Ja, so sein Broterwerb verdorben, wenn der Hut da zettelert ist. Das kann sein, ja. Ach ja. Das war alles nicht so einfach. Apropos nicht so einfach, wie war ein Ostern bei euch? Oh Gott, schön eigentlich. Doch, muss ich sagen. Ja, ich war auf Ibiza, bin kurz dann mit dem Boot dann runter nach Formentera. Und Jetski, ne? Kurz mit Ilias M. Barek da, zwei Campari noch getrunken, dann haben wir noch ein bisschen was gegrillt mit Paul Rybke und dann... Das war richtig, aber richtig fette, fette Party. Aha, gut. Also wie ihr merkt, ich war... Oh, dann habe ich eine Gedankenreise gemacht. Und so fingen immer die ganz langweiligen Physikstunden an. Heute machen wir eine Gedankenreise und alle schon so, oh, lame. Weil dann ging es um irgendwie so, stellt euch mal vor, ein Atomium, bla, bla, bla. Und dann so, träumen, weg. Und so war es Ostern. Ich war natürlich wie ihr auch zu Hause. Es war super langweilig. Und habe mir so vorgestellt, was alles hätte Schönes sein können. Ich fand es so geil. Franz Josef Wagner, unser geschätzter Kolumnist der Bildseite. Ja, der Bildseite. Ja, stimmt. Der menschliche Aschenbecher, ne? Hat dem eigentlich einer gesagt, dass Quarantäne ist? Also. Weil das kriegt der ja gar nicht mit. Der sitzt ja da eigentlich immer da, irgendwo da auf seinem Marmorboden, da in der Ecke. Der darf jetzt nicht mehr in die Paris war hier in Berlin. Also der muss jetzt zu Hause bleiben. Ja. Für den hart. Aber, und das ist für den so hart, dass er sich hat hinreißen lassen, zu folgender Kolumne, die da übertitelt ist mit, in 50 Jahren wird es Denkmäler geben für unsere Geduld. Franz Josef Wagner über die Ausnahmesituation in Deutschland. Jetzt habe ich mir vorgestellt, was sind das für Denkmäler, die ein Jakob Lund für seine Oster-Tätigkeiten gebaut kriegt, aus Bronze gegossen. Ja, ein bisschen das, was Willi Milowitsch in Köln hat, nicht einfach so eine Parkbank, auf der einer drauf sitzt, ne? Also, als Sofa, als Sofa. Die liegt so und so, die Fernbedienung. Die liegt immer so. Ja, genau. Und das halt in, ja, was macht man das? In Messing gegossen. Ja, das in Messing. Ja. Und der Daumen so auf dem Netflix-Knopf. Ja, das wird, letztendlich wird das unsere Heldentat sein. Ja. Oh Gott, ey, wie unsere Enkel das nicht mehr hören können dann irgendwann. Echt, man traut sich auch gar nicht mehr zu jammern. Opa, wieder von Corona erzählt. Ja, ja. Wobei ich sagen muss. Ja, Opa, das war ganz hart, Opa, okay. Alles, was mir Spaß macht, ist gestrichen und deswegen leide ich schon, das will ich auch nochmal unterstreichen, dass es nicht für alle so schön ist. Das Besondere fällt weg. Ist mir aufgefallen. Atem ist. Es gibt nichts Besonderes mehr. Oder was? Nein, Atem ist übrigens ein Berliner Puff, vielen Dank, Klaas. Nein, ich gehe also super gerne essen. Das ist jetzt hier Strichchen. Alles, was schön ist. Ich merke zum Beispiel auch, dass ich doch, anders als ich dachte, auch ein Umarmer bin. Und mir fehlt die freundschaftliche Umarmung. Da leide ich richtig drunter, dass ich nicht Leute so zur Begrüßung mal so drücken kann. Und wenn das wegfällt, fällt mir schon auf, dass man eine größere Distanz zueinander hat. Also ich muss wirklich sagen, dass dieses Gefühl, jemanden umarmen zu wollen, habe ich ja nun wirklich überhaupt gar nicht. Normalerweise. Normalerweise denke ich bei jedem, komm, geh mir weg. Und es ist nach wie vor so. Also wenn ich das jetzt so beantworten müsste, ist das jetzt gut oder schlecht, würde ich immer noch sagen, ist toll. Man muss niemanden mehr umarmen und man ist nicht mehr das misantropische Arschloch, sondern man ist halt einfach einer, der das macht, was alle machen müssen. Aber es ist schon interessant, wen man im Affekt umarmen würde. Weil es einem so fehlt. Ja, bei wem es einem auffällt. Also ich finde, das ist schon eine ganz natürliche Auslese, die bei mir so stattfindet, wen ich gern mal drücken möchte. Wen würdest du denn gern mal drücken? Es gibt so zwei, drei Leute, die kennt hier keiner. Also wie ist das bei uns? Na, bei euch würde ich jetzt nicht so drücken. Was? Nee, aber das liegt auch daran, dass ich zu euch kein Drückverhältnis habe. Weißt du, wir drücken uns immer montags normalerweise. Ja, das stimmt. Kommst du so rein, dann geht die Woche los, dann drückst du raus. Ja, aber ich sehe euch so oft, dass ich jetzt nicht so das Gefühl habe, ich muss euch jetzt, weil wir haben auch so ein Arbeitsding. Es ist auch ganz oft so, dass ich zum Beispiel zur Verabschiedung drücke ich euch deswegen nicht, weil ich einfach abhaue. Weil ich dann los muss und jetzt bin ich da noch eine halbe Stunde, wo ich euch erklären will, warum ich jetzt schon los muss, sondern dann gehe ich halt einfach. Du sagst auch oft, ich habe meinen Telefon, bin gleich wieder da und bist weg. Zwei Tage nicht gesehen. Genau, dann bin ich weg. Und deswegen, ich habe zu euch nicht so ein Drückverhältnis. Das stimmt. Aber es ist auch wirklich so, es ist ja so abgeflacht, dass auch wenn du ins Büro kommst, wir sitzen ja meistens am Computer oder machen irgendwas oder sind in einer Besprechung und mir tut es ja manchmal leid, das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass man dich dann nicht so begrüßt, wie du es verdient hättest. Genau, manchmal wünsche ich mir schon, dass man irgendwie mal kurz mit der Arbeit aufhört, mal, dass da so ein Applaus aufbrandet, wo so einer anfängt, ein zweiter aufsteht aus der anderen Ecke des Büros und dann so alle und irgendwann stehen alle das ganze Büro und applaudieren und irgendwann kommt einer rein und sagt, USA, USA. Und irgendwann sind so alle so in Euphorie und die Ersten laufen mir mit Blumen in der Hand heulend entgegen und werfen sich mir um den Arm und das passiert praktisch nie. Nie. Aber stattdessen hörst du dann öfter mal so, nee Klaas, jetzt nicht, warte mal kurz, komm gleich nochmal, wir haben jetzt gerade hier eine Besprechung. Ja, das stimmt, ja. Ich finde aber, dieses ganze Grüßthema ist schwierig, weil ich finde, es gibt eine schlimme Sache, die will man doch nicht, dass die einem nachgesagt wird, nämlich sowas wie, der hat nie gegrüßt. Sowas sagt man doch über, auch so, weißt du, so gefühlt über Rudi Carell. Aber sagen das auch Berliner? Ich dachte, das ist so ein Dorfthema. Nee, also man sagt ja zum Beispiel über Rudi Carell, der hat nie gegrüßt, auch wenn er so ins Studio kam oder so, das ist schon was Schlimmes. Wenn ich morgens ins Büro komme, dann ist das, finde ich, immer ganz schwierige Grüßvoraussetzung, weil man kommt rein durch das Haupttor und dann sitzt da die ganze Redaktion und dann ist es schwierig, weil du musst jetzt überlegen, du kannst jetzt nicht nur ein Individualgrüßen machen, sondern du musst dann in den Raum reingrüßen. Und da bin ich manchmal nicht sicher, ob das genug ist oder ob ich eigentlich doch lieber individual alle einmal abgrüßen muss. Und wie ist es dann, wenn man nochmal neue Leute zwei Stunden später in der Kaffeemaschine trifft? Muss man die nochmal individual grüßen oder grüßt man mehr so in den Kaffeemaschinenbereich rein? Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Mit dem das Problem gelöst ist? Niemanden grüßen, so wie du? Nein, du kommst, bevor du die Tür aufmachst zum Büro, Earpods rein und du erzählst so, ach ja, 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 stimmt, ja, gehst da vorbei, machst aber so einen kurzen, so. Ist keine Lösung. Ist eine Lösung? Ist keine Lösung, nee. Warum? Da bist du nämlich, da bist du so ein Zausel, der mich richtig grüßt. Und dann kannst du sogar später an der Kaffeemaschine auch nochmal, so, jetzt nochmal richtig guten Morgen. Das geht dann auch noch. Jetzt nochmal. Ich bin trotz Corona in meiner eigenen Wohnung Opfer eines, oder nicht Opfer, eigentlich Nutznieße eines gigantischen Zufalls geworden. Und ich wollte mit euch nochmal dieses Erlebnis nutzen, um über Zufälle zu reden. Man wird ja ganz selten, in dem gibt es wirklich Zufälle, die, wenn die einer aufschreiben würde, würde man die nicht glauben. Und so ein bisschen so ist es mir passiert. Ich bin ja großer Freund des schönen Lebens. Ja. Und als solcher treibe ich mich... Oh, Moment, da habe ich eine Rubrik. Das schöne Leben bei Jakob Lund. Ja, so richtig ist das jetzt kein Tipp, aber es ging alles damit los, dass ich Instagram durchforstet habe, um zu schauen, welche Restaurants liefern jetzt. Weil das ist ja das Gute in der Krise. Restaurants suchen jetzt andere Wege, um an ihre Kunden reinzukommen. Du meinst das jetzt aber im Sinne von wirklich liefern und du meinst das nicht in so einem Spruch-Sinne von wegen, wer macht das geil so, wer liefert? Ja, sowohl als auch. Denn Restaurants, die geil sind, die liefern praktisch sonst nur geil ab, wenn sie ihre Gäste im Restaurant bekochen. Und jetzt mittlerweile in Berlin ist es so, die denken sich Sachen aus, um dich auch zu Hause zu beliefern und dich mit wirklich gutem Essen zu versorgen. Also wirklich weit, weit Klassen über der Pizza, die dir sonst geliefert wird. Und dann habe ich so durch Instagram geguckt und geschaut, was inspiriert mich, was will ich gern fressen, mit anderen Worten. Und da bin ich auf einen Eisladen gestoßen. Und das sah so toll aus. Der hatte tolle Sorten. Zum Beispiel Banane mit Marshmallow und Zartbitterschokolade. Oh, lecker. Oder Matcha-Eis. Oder auch Earl Grey mit Shortbread als ein Eis. Und ein ganz tolles Design und so. Und irgendwie dachte ich, oh, das ist ein guter Laden. Da habe ich da so geguckt und habe rausgefunden, dass die in ganz Berlin dieses Eis liefern. Und die hatten auch so ganz leckere, selbstgemachte Kekse. Die sahen auf dem Bild köstlich aus. Da war so der Marshmallow in den Schoko-Cookie reingeschmolzen. Und da dachte ich, Leute, nun, habt deine Bestellung abgegeben für irgendwie 50 Euro. Eis bestellt. Und dann sagte der sich also an, ich komme und so weiter. Und dann hat er mir nochmal eine SMS geschrieben an dem Tag. Wir sind dann 14 Uhr da, liefern die Sachen. Und dann stelle ich fest, normalerweise, wenn dir jemand eine SMS schreibt, dann steht da die Nummer. Du kennst ja den Boten nicht. Und dann war das eine E-Mail-Adresse. Die kann ich jetzt nicht sagen im Podcast, aber die kam mir irgendwie bekannt vor. Die hat irgendwie gedacht, ich so, wie habe ich es schon mal gehört? Egal. Und ein paar Stunden später ruft derjenige mich an, um zu sagen, ich stehe vor der Tür. Und dann stand da der komplette Name. Das heißt also, mir wurde klar, das ist ein Name, den ich in meinen Kontakten bereits abgespeichert habe. Und dann wurde deutlich, das ist ein alter Schulfreund, mit dem ich Abitur gemacht habe, den ich seit 15, nee, wann habe ich Abitur gemacht, ja, seit über 15 Jahren nicht gesehen hatte. Und der stand dann praktisch direkt vor meiner Tür, mitten in meinem Leben drin, zu Hause, mit allen, die da auch so wohnen, an der Tür. Und dann gab es ein großes Hallo, weil ich Bock hatte, Eis zu fressen. Der hatte das Eis dabei. Der hatte das Eis dabei. Und es war klar, das ist mein Schulfreund, 15 Jahre nicht gesehen. Der hat jetzt einen Eisladen aufgemacht, schon vor 5 Jahren, mit supergeilem Eis. Und den hatten wir sich kurz begrüßt und dann gesagt, wenn Corona, wenn das alles vorbei ist, dann trinken wir mal ein Bier. Und ich fand, das ist schon ein erstaunlicher Zufall. Ja, das ist wirklich ein sehr erstaunlicher Zufall. Das sind Geschichten, die nur Corona schreiben. Die schreiben nur Corona. Schmitty, du triffst dich ja regelmäßig an Weihnachten mit deinen alten Homies, ne? Ja, oh. Da gibt es gar nicht sowas wie Klassentreffen, weil man sich eh jedes Jahr sieht. Es gibt ein Klassentreffen. Ja. Gehst du da hin? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich würde da sofort hingehen. Ich hatte auch noch nie ein Klassentreffen. Ich war da einmal und es war auch wirklich ein netter Abend am Ende. Ich weiß aber noch, die haben sich in so einem Steakhouse getroffen, kurz nach Weihnachten. Und ich bin davor, vor dem Steakhouse, bin ich so rumgeschlichen und habe mich nicht reingetraut. Ich weiß nicht, was das ist. Weil das ist für mich so, ich wusste, da sitzen jetzt 20, 30 Leute. Die hat man 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und sobald man in die Tür reinkommt, drehen sich so wie in so einem Western alle zu einem um. muss dann ein, wie verlottert ist der, hat der es geschafft, ist der was und wie auch immer. Und das war für mich so ein Druck, dass ich gedacht habe, oh nee, jetzt brauchst du mal noch eine Kippe, wartest du mal noch, ach, jemand wollte es noch anrufen und so. Und ich habe mich da so richtig rumgedrückt, bevor ich mich da reingequält habe. Es ist ein komisches Sozialgemisch, muss man sagen. Also aus Voyeurismus, der natürlich eine große Rolle spielt, weil man natürlich auch wissen will, wer ist abgeschmiert, wer nicht. Das ist ja ganz klar, dass man das wissen will. Und vor allen Dingen der Status von früher, also als man auseinander ging oder die Zeit, die man miteinander verbracht hat. In der Klasse hatte ja auch jeder so seine Position. Wer konnte praktisch seine Position halten, indem er das dann aufgefüllt hat mit den Dingen, die man dann im weiteren Verlauf des Lebens eben braucht, um einen gewissen Status in dieser Gruppierung zu halten. Also während es noch cool war, zum Beispiel gar nicht zur Schule zu gehen oder andere Leute zu verhauen, das hat den Status hochgehalten in der achten Klasse. Aus 1 natürlich, ja. Also egal warum, also wenn man zum Beispiel sehr gut mit einer Spraydose umgehen konnte oder nachts hauen oder einfach Scheiße gebaut hat, war man in der achten Klasse natürlich der King. Stimmt. Wenn man das jetzt einfach so weitermacht, bis man 25 ist, ist man irgendwann nicht mehr der King, obwohl man exakt dieselben Sachen macht. Und dann kann man auch nicht zum Klassentreffen gehen, weil man dann woanders wohnt, weil es nicht erlaubt ist, rauszukommen. Ja, exakt. Und manchmal gibt es aber Leute, die dann, ja, sagen wir mal, der jeweiligen Lebensphase, in der sie sich dann befinden, die Tätigkeiten, die sie so machen, anpassen, dass sie den Status also immer noch haben von damals. Wenn der jetzt zum Beispiel ein sehr einflussreicher Clan-Chef geworden wäre, hätte er in gewisser Weise den Status immer noch. Absolut, ja. Achso. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Oder eben was ganz anderes. Aber da ist man auch froh, dass man vielleicht nicht der Coolste in der Klasse war, wo dann so ein Druck bei so einem Klassentreffen auf dir her, wo alle gucken, was ist aus dem, manch, der war ja damals so cool, was ist der jetzt? Achso, Landschaftsgärtner. Und da bin ich froh, dass ich sagen kann, ich war nicht der Coolste in der Klasse. Und wenn er hat, diesen Druck, den habe ich nicht gespürt. Du konntest überraschen. Ich konnte überraschen. Ich glaube, ich würde auch, wenn ich zum Klassentreffen gehe, würde ich schon angetrunken hingehen, um mir auch diesen Druck zu nehmen von dieser Bewertung. Weil ich habe auch ein Problem, wenn man so bewertet wird. Im Grunde, wie ihr ja sagt, also die letzten 15 Jahre, da wird einfach so ein Strich drunter gesetzt von 20 erwartungsvollen Leuten. Und die sagen dann, die geben dir wie so eine, wie Hoche bei Let's Dance. Fünf. Und dann kriegst du deine Bewertung. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Der Schlimmste Moment ist, ich weiß, weil ich es dann erlebt, ich bin dann irgendwann in dieses Steakhouse reingegangen. Und es war natürlich diese Tafel mit den Leuten, die haben auch alle zu mir geguckt. Es gibt diesen einen Moment, den hat man ganz, ganz oft, auch wenn man in eine Kneipe geht, wo man die Leute nicht so kennt, zum Geburtstag oder so. Bis man einen Sitzplatz hat. Man schleicht da so um den Tisch rum und weiß, kann ich da, achso, also du, dann setze ich mir, ach, ist das dein Platz? Also gut, und dann sitzt man da und dann macht man, hallo, guten Abend, hallo. Und dann wird es einfacher, aber dieser Moment, wo man so um den Tisch rumschleicht und nicht weiß, wo darf man sich hinsetzen und wo kann man sich jetzt niederlassen, der ist der Schlimmste. Meine andere Frage, wenn ihr norwegische Prinzessin wärt, ja? Mette Marit? Ne, ne, die Schwester von Hawkeorn. Würdet ihr dann mit einem Sexschamanen zusammen sein? Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, also sagt ihr immer, wo die Liebe so hinfällt, ne? Ihr verliebt euch jetzt in so einen richtig tollen Sexschamanen, ja? Was ist denn das? Nein, Sexschamane ist jemand, der im Grunde den ganzen Tag knattert und auch super, super gerne knattert und auch so Kurse macht, wie man geil knattert. Also so ein richtiger Sexschamane ist ja bekannt. Es ist, glaube ich, kein Ausbildungsberuf, aber im Grunde hat jeder in sich die Gene, um auch Sexschamane zu werden. Aber eben manche gehen dem ganz besonders nach und die dürfen sich dann mit diesem Namen schmücken. Ist das sowas, was der Freund von Christine Neugebauer macht? Na, der ist Peruaner. Das ist was anderes. Der ist Peruaner. Das ist noch ein bisschen was anderes. Die haben jetzt ein herrliches Haus auf Mallorca und das haben sie auch ganz nett gemacht. Kann man mal googeln. Der ist Peruaner. Also hier geht es wirklich um Sexschamane. Und ich wollte einfach, das ist wie für mich so ein Frauenzeitungs-Brigitte-Test, würdet ihr zur Liebe stehen, steht im Grunde als große Überschrift über allem. Ihr verliebt euch also jetzt in diesen Sexschamane, seid natürlich aber auch im Königshaus verpflichtet und ganz Norwegen schaut auf euch. Würdet ihr dann um die Welt jetten, zum Sexschamane kurz knattern wieder zurück, wie würdet ihr es angehen? Also, bin ich jetzt schon sexuell abhängig von dem oder nicht? Er versteht sein Handwerk. Ob er dich versext hat, willst du wissen. Er hat dich schon versext, komplett. Was habe ich dann noch für eine Wahl? Das ist eben, sag ich ja, ein Psychogramm. Wenn du ein pflichtbewusster Typ bist, sagst du, lieber Sexschamane, es war jetzt ganz schön und wir hatten auch hier, das war eine schöne Zeit. Aber ich bin natürlich vor allem im Königshaus und bin vor allen Dingen den Menschen verpflichtet. Arrividegi-Sex-Drummer. Also, ich finde, da ist, sagen wir mal, Prinz Harry, ist ja auch so eine Art, dem ist ja dasselbe passiert, wenn man so will. Meinst du, der wurde auch versext? Naja, der ist zumindest auch von so einer, also der ist ja auch, hat ja auch irgendwann dem Königshaus den Rücken zugedreht. Da hatte die liebe Vorfahrt. Genau, weil er irgendwie in Las Vegas einmal zu oft nackt um den Billardtisch gelaufen ist und irgendwann halt Meghan Markle angebissen hat und so ähnlich. Und jetzt, und bei Prinz Harry sagt man, ja, verrückter Typ und hatte da so ein Mädchen kennengelernt. Und jetzt, nur weil diese norwegische Dame dort jetzt mal auch jemanden kennengelernt hat, da wird das dann direkt so anders bewertet. Also ich finde, Meghan Markle ist auch so eine Art Sexschamanin für Prinz Harry, da redet aber kein Mensch drüber. Ja, nur jetzt eben da im norwegischen Königshaus ist das jetzt so ein Riesenthema. Warum darf eine Frau nicht auch mal um die halbe Welt fliegen, um einmal zu knattern, um einen Tag später wieder zurückzufliegen in der anfänglichen Corona-Pandemie? Darum redest du. Naja, das stimmt schon, aber sie hat tatsächlich sogar ihren offiziellen Titel zurückgegeben. Also auch sie entscheidet sich für die Liebe und gegen das Amtsschmidt. Wie wäre das bei dir? Also ich würde möglichst lang versuchen, das zu verheimlichen. Und immer so, keine Ahnung, dann über Italien zu meinem Sexschamanen zu reisen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dich an der Kaffeemaschine treffe und sage, Schmidi, Mensch, also Leute sprechen jetzt mal frei raus, triffst du dich mit dem Sexschamanen? Was würdest du dann antworten? Oh, das ist wirklich schwer, ey. Ja, also bist du, ähm, also... Ich würde es runterspielen, glaube ich. Ah, das ist jetzt kein in dem Sinne ein Sexschamanen. Nein, oh Gott, ich hab die einmal, hab ich den getroffen da, ich so, oh Gott, oh Gott, das war eine schöne Zeit, aber ich bin auch Realist. Ich glaube wirklich, ja, das stimmt, ja. Hast du denn, also, warst du denn die persönliche Disposition zur sexuellen Hörigkeit? Ist es dir zu eigen, kann das dir zu eigen sein? Aber ich will eigentlich nur sagen, also, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, folgt der Liebe, das kann nicht falsch sein. Was in ZDF-Filmen richtig ist, kann doch für euch nicht falsch sein. Wenn ihr also euch einlasst mit einem Sexschamanen, dann go for it. Und dann auch 100%, dann werdet auch Sexschamane, werdet auch Wunderheiler und hängt euch so ganz komische Ketten um den Hals. Jetzt macht es, also ihr müsst doch nicht euren Pflichten treuer sein als eurem Herzen. Das ist mein Appell. Ja, na, ich hab so ein bisschen, ich finde, was ich ja interessant finde, und da kommen wir wieder, ich hab's immer noch nicht weitergeschaut, nochmal zum Tiger King zurück. Da gibt es ja auch so eine Art Sexschamanen, ne? Das ist der eine mit diesen ganzen Frauen da, ne? Was der immer hat, ist... Dr. Enkel. Dr. Enkel, der auch so eine gewisse Grundaggressivität natürlich ausstrahlt, ne, von der ich richtig Angst habe. Also, der wahrscheinlich auch nur mit der Kraft des strengen Blicks dafür sorgt, dass die sich da in den verlieben, ne? Der war 100% die Vorlage von High Fidelity, die Rolle von Tim Robbins. Das kann echt sein. Der sieht ja auch aus wie Tim Robbins. Der hat denselben Pferdeschmann und redet genauso. Der sieht ja auch aus wie Tim Robbins. Ja, stimmt. Bisschen mobsiger, aber ja. 100% war das die Vorlage. Stimmt. Nicht nur Scarface, auch High Fidelity. Ist ja irre. Wahnsinn. Stimmt. Ich würde jetzt gerne noch ein paar TV-Tipps geben, die Leute. Die sitzen alle zu Hause, die haben alles leer geguckt. Oh, das ist eine gute Idee. Und die brauchen jetzt die Juwelen, die man jetzt noch gucken kann, wo man einen richtig schönen Abend mit hat. Und Schmidi, du musst jetzt hier das Versprechen abgeben, nicht zu spoilern. Ich möchte auch auf jeden Fall... Sollen wir alle mal TV-Tipps abgeben heute mal, um das mal loszutreten? Das können wir ja immer regelmäßig machen, aber das finde ich sehr gut, dass wir jetzt gerade in diesen Zeiten, wo man das Gefühl hat, man hat wirklich schon alles leer geguckt, dass man jetzt vielleicht noch mal ein, zwei Sachen findet, die gut sind. Also meiner geht ganz schnell. Ja. Ich habe mitgebracht Zero Zero Zero. Ihr weiß, ich habe ja sogar das Buch gelesen von Roberto Saviano, heißt der Autor. Ja. Genau. Und da gibt es jetzt eine Serie, ist eine Produktion von Sky, italienische Sky-Produktion und die kann man jetzt auch dort schauen. Und es ist sensationell, finde ich. Acht Folgen und es geht im Grunde darum, wie Drogen, sehr viele Drogen, aus Mexiko nach Italien, nach Kalabrin zur Mafia geschafft werden sollen. Und da um die Rolle von amerikanischen Vermittlern, die diesen Transport organisieren, bei dem natürlich wahnsinnig viel schief geht. Aber im Grunde ist es ein Porträt einerseits der kalabrischen Mafia, ich weiß nicht, ob es die Drangetta ist oder die Gomorra, ich blicke da nicht mehr durch, aber ist auch hier nicht so entscheidend. Italienische Mafia, dann wiederum die Mafia in Monterrey in Mexiko, wie die so agieren. Und diese sehr feinen Vermittler, die amerikanischen aus New Orleans, drei völlige Gegensätze. Und immer wieder schafft es die Serie, dass ihr wirklich so der Atem stockt, weil es einerseits unendlich brutal ist, dann wieder wunderschöne Bilder und du bist eigentlich dauerhaft in der Ansprache und ich konnte jedes Mal eine Stunde danach nicht schlafen. Ja, das ist tatsächlich hochinteressant. Das Buch auch sehr zu empfehlen und die Serie habe ich noch nicht geguckt, aber wenn das nur annähernd so interessant ist, also wenn man einfach mal verstehen will, wie dieser ganze weltweite Handel funktioniert, das ist einfach hochinteressant. Also ich habe jetzt das Buch, seit fünf Jahren höre ich das immer zum Einschlafen. Zum Einschlafen. Ja, wirklich, weil das ist ein sehr guter Sprecher. Wie Kubicki, der guckt abends auch mal einen Kriegsfilm, um runterzukommen. Absolut. Und sowas halt. Da werden wirklich Leute mit einem Hammer erschlagen und das hört der Mann zum Einschlafen. Ja, da pennt er dann so selig weg. Und ich habe auch die ersten zwei Folgen geguckt von der Serie. Ich finde sie auch wahnsinnig gut und vor allem ein mega Soundtrack von Mokwai. Also echt mal ein Soundtrack, den man nicht schon tausendmal gehört hat. Nicht das übliche Hans Gezimmere. Man sagt ja auch manchmal abends, wenn man richtig müde ist, man sei wie erschlagen. Vielleicht kommt das ja daher, dass du das so beruhigt findest. Das Buch schafft es halt perfekt. Die ganzen Zusammenhängen, dieses Netz, was Kokain in der ganzen Welt für Auswirkungen hat, wie so ein Butterfly-Effekt, der sich zieht bis nach Japan, bis China. Also so weltumspannend. Und nicht nur das, was man aus Narcos kennt, was das für eine Auswirkung auf das jeweilige Land hat, Kolumbien oder Mexiko, sondern so was das für bis in die Berliner Clubs für Auswirkungen hat. Dieses Bild zeigt das Buch. Und das kann natürlich die Serie nicht leisten. Deswegen habe ich mich gefragt, wie machen sie es? Und das ist natürlich verkürzt. Und irgendwie der Radius ist eingeschränkt, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut. Weil ich finde, das ist von diesem Saviano, das hat er auch bei Gomorra, diese Mafia-Serie gemacht. Der entmystifiziert das Ganze so. Wenn du vorher Narcos geguckt hast, dann denkst du wirklich, ich will jetzt auch Drogenbaron werden. Und da siehst du einfach, das sind erbärmliche Schwerstkriminelle. Und du denkst ganz oft, in dessen Haut will ich nicht stecken. Selbst für das ganze Geld habe ich darauf keinen Bock. Das ist das Ding, genau. Es wird so ein bisschen schön gezeichnet, immer in diesen ganzen, das ist mein Mafia sowieso. Wir sind groß geworden in so einer Zeit, wo es... Scarface, der Pate. Scarface, der Pate, Casino, diese ganzen Filme, die man geguckt hat, wo man natürlich das alles so ein bisschen, es sind alles so stilvolle Herren. Selbst bei Sopranos ist es natürlich noch so. Da gibt es Momente, in denen man denkt, oh, was ist jetzt los? Aber auch da ist es natürlich, sympathisiert man eigentlich mit jemandem, mit dem man es nicht sollte. Und dann kommt jetzt das, also auch bei Gomorra, da ist dann halt der Sicario, also der, der dann jemanden dann erschießt, sitzt hinten auf dem Roller irgendwo in Norditalien in einer vollgeschissenen Jogginghose und schießt so ganz neben irgendeiner Mülltonne so ganz elendig jemanden ab, der nichts dafür kann. So, wo man einfach denkt, ja okay, das lehnt man natürlich ab und das ist gegen alles, was man jemals moralisch sich angeeignet hat. Und das ist ganz gut, dass man das mal so kapiert. Ich habe auch einen Tipp. Ich bin noch kurz bewährt, dass wir auch eine Bewertungsskala haben. Würde jetzt hier 0 von 5 Kackwürsten geben. Also die beste Bewertung, die es gibt auf dieser Skala. Ja, okay, das ist gut. Ich habe zwei Sachen, die ich empfehlen will, die sehr unterschiedlich sind. Einmal ist eine Serie, wo ich jetzt schon die Gelegenheit hatte, schon drei Folgen zu gucken. Eine neue Serie auf meinem Heimatsender Join. Das ist eine Serie, die heißt Mapa. Da geht es um einen jungen Mann, der eine kleine Tochter hat mit seiner Freundin zusammen. Und die Freundin, das kann man vielleicht schon sagen, verstirbt. Und er muss nun alleine klarkommen mit diesem kleinen Kind. Und das ist in dem ganzen Sozialgefüge, in dem er so drin ist, nicht ganz so leicht. Es ist eine deutsche Serie, die von einem Freund von uns gemacht wurde. Eine Sadcom, das Genre wurde mit neu erfunden. Das haben die dazu geschrieben, eine Sadcom. Genau, es ist auch lustig, aber es ist natürlich vor allen Dingen traurig, weil natürlich viele Situationen da entstehen, wo er so ein bisschen vorm Leben steht und nicht weiter weiß und so. Es kann man aber, also es ist dringend empfehlenswert. Ich habe drei Folgen schon gesehen. Guckt euch das an. Mapa heißt das Ganze auf Join. Und ja, derjenige, der es gemacht hat, deswegen ist das vielleicht, das muss man vielleicht offenlegen, dass einer, wenn man zum Beispiel sieht, wie wir uns mit dem Frühstücksfernsehen da besoffen duelliert haben, einer von denen, der da mit rumgrölt, das ist der feine Herr, der jetzt diese Serie da entwickelt hat und der so feine Beobachtungen jetzt dort an den Tag legt und sich so einen Seidenschall umwirft und jetzt der große Filmemacher ist, das war der, der besoffen mit uns auf dem Trainingsplatz gestanden hat und geschrien hat, Also es gibt immer die zwei Seiten bei jedem Menschen, ebenso auch bei Jano, alles Gute, alles Liebe. Mapa, tolle Serie. Guckt euch das mal an, hat mich total gekriegt und finde ich sehr gut. Ich habe noch ein richtiges Schmuckstück. Oh, ja. Wie ihr schon sagt, man hat jetzt so die Streamingdienste durchgeguckt und dann legt man sich abends ins Bett und bevor man Zero 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 als Hörbuch zum Einschlafen wird, schaltet man noch mal den Fernseher an. Und ich habe wirklich eine Obsession für, auf Nitro läuft das, soweit ich weiß, Border Patrol Australia. Ach. Das ist grandios. Ich habe ja schon gesagt, wie mir immer der Stift geht, wenn wir an die Grenzkontrollen kommen bei der MD Welt und ich immer da denke, mir haben sie was in die Tasche geschweißt und so und irgendwie jetzt 30 Jahre Knasten. Und da begleiten wir einfach dokumentarisch so die Grenzkontrollen und natürlich suchen die auch so ein bisschen aus. Das sind immer spektakuläre Sachen. Das sind Minimum 17 Kondome verschluckt mit Kokain drin. Der Heroin in jede Polsterung der Tasche rein. Und man sieht halt immer die Leute auch alle ungepixelt. wie die jetzt gesagt kriegen, ja Mensch, wir haben da 30 Kilo Kokain aus ihrer Tasche gezogen, was machen wir denn jetzt? Und bei mir geht da so ein Kopfkilo los, wie ich mich da jetzt verhalten würde, wie man so merkt, okay, jetzt ist mein Leben komplett im Arsch. Es ist komplett im Arsch. Ich habe so dermaßen verbockt und so und das sind für mich Dramen und dann ist es immer auch mit so einer 90er Jahre amerikanischen Trash-Doku-Stimme, die dann so, der nächste Fall, haut selbst die Härte und Zöllner um und so. Und dann am Ende, wie auch in alten Filmen, dass man immer sieht, was aus denen geworden ist. Und das ist immer verbrachte 37 Jahre auf. Das ist so ein bisschen wie der Reverse oder der gegenteilige Moment von Wer wird Millionär? Wo man in den Augen sieht, jetzt hat der eine Million gewonnen, jetzt hat der ein anderes Leben und da sieht man praktisch in den Augen, jetzt geht es mehr ab. Und wie die vorher noch so kämpfen und sich so rausreden und dann irgendwie das erste ist natürlich immer, wusste ich nicht, ist nicht meine Tasche, habe ich nicht gepackt. Das ist dieser Kulturschock andersrum, den gibt es da glaube ich auch. Bis du da gerafft hast, was jetzt eigentlich los ist, dass ja normalerweise müsste man ja in der Sekunde, wo die einem sagen, jetzt haben wir dich, wäre die natürlichste Reaktion in Tränen ausbrechen, auf dem Boden liegen, windeln, sagen, nein, 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 bitte erschießen sie mir. Das passiert ja aber nicht, sondern die Leute stehen da erstmal und machen noch so auf cool. Nee, das muss ich widersprechen, das geht wirklich viel, viel schneller. Das geht viel, viel schneller. Die kommen, die packen die Tasche aus, dann kommt irgendwie ein Hund angelaufen und dann sieht man schon, und das filmen die auch immer ganz gut, wie die dann nervös werden, und wie sie auf einmal so nicht mehr sitzen können und sowas. Und dann, die versuchen es noch einmal, war nicht meins, dann gehen die in ein Hinterzimmer, rufen die Verwandten an, wer die Tasche gepackt haben könnte und so, und dann ist das relativ klar, die sind dran. Dann stehen die Polizisten schon rechts und links neben denen und dann geht das Winseln los. Und dann kommt der Abspann und die Schrift so, hat 37 Jahre da und da verbracht. Herrlich. Da kommen auch immer acht Folgen hintereinander. Aber guckt ihr denn überhaupt auch so... Ich will noch kurz die Bewertung hören. Null von fünf Kackwürsten. Sehr gut, oi. Aber Kackwürste haben die in der Hose, ey. Guckt ihr auch nachts dann immer so, wenn jetzt so wirklich gar nichts mehr kommt, kommt ja immer bei, es gibt ja mittlerweile Welt als Fernseher und so, die härtesten Gefängnisse der Welt und so, das guckt ihr natürlich auch mal. Nee, guck ich von Depressionen. Ja? Wieso? Das ist so, das habe ich früher jahrzehntelang gemacht, den Fernseher leer gucken, habe ich das genannt, wenn man so alles schon, der Spielfilm ist schon durch und du hast schon alles geguckt, was nur so halbwegs ging, weil das sind ja so Zeiten, die sind vorbei, so dieses Rumzeppen und dieses Enttäuschtsein, das einen gar nichts anspricht und dann wieder von vorne durchzeppen und so, ne? Das sind ja so Momente, da landest du dann bei, bei damals noch N24, heute Welt und guckst da so wie so eine Hitler-Doku, ne? Nee, ich bin mittlerweile ziehgerichtet. Ich weiß, es ist Viertel nach zwölf, es kommt eh nichts mehr. Und dann schalte ich das ziehgerichtet an, ich hoffe auf, schwer Schwerdachtstransporte, Hitler oder Gefängnisse. Eins von dreien läuft auf jeden Fall. Schwerdachtstransporte ist so ziemlich das langweiligste, aber auch das sedierendste. Das ist komischerweise eine deutsche Tugend, sich nachts anzugucken, wie ein Windrad durch halb Deutschland nachts gefahren wird, mit Polizeibegleitung, wenn es richtig abgeht. Und dann müssen die dann irgendwie das Ganze dann irgendwie von irgendeinem Ding, wo das gebaut wird, müssen die das so halb über so einen Deich ziehen. Und das Spannendste ist dann, wenn da mal so ein Verkehrsschild abgeschraubt werden muss. Und dann heißt es halt, hier muss jetzt ein Verkehrsschild abgeschraubt werden. Und es ist immer nachts um vier passiert das natürlich immer. Und da stehen immer drei so Opas mit einem 90er-Jahre-Campcorder und filmen dann, wie das Verkehrsschild abgeschraubt wird. Und dann wird da so ein riesengroß, so ein Teil vom Windkraftrad wird dann da so drüber gezogen und dann heißt es, jetzt können sie weiterfahren. Und dann wird das wieder dran geschraubt. Das hat was hypnotisierendes, ja. Das ist ein bisschen mein Lagerfeuer, was früher immer im Fernsehen kam. So ist das eigentlich für mich. Ich gucke mir das dann gerne an und irgendwann sind die dann so da und dann denkt man, ja, Mensch, sind sie da. Ich bin an Ostern, eine große Empfehlung für diese Tage. Ich bin nachts, also um halb zwölf, habe ich gedacht, jetzt gehst du nochmal raus spazieren. Oh, exzentrisch. Sehr exzentrisch, sehe ich auch ein, mache ich aber nicht normal. Aber ich bin dann wirklich raus, weil ich vorher war ich irgendwie, weil wollte ich zum Kiosk und mir noch was zu trinken kaufen und habe da gemerkt, es hat alles zu. Und es war so eine krasse Stimmung, wenn in Berlin einfach, und abends ist es ja tatsächlich so, es ist keiner mehr auf den Straßen. Und ich bin dann nachts um halb zwölf nochmal losgelaufen und bin so um den Block und irgendwie wirklich eine halbe Stunde rumgelaufen und das kann ich nur empfehlen. Da mit Kopfhörern auf, Musik hören und durch diese Straßen gehen, wo nichts mehr los ist, wo alle Rollläden runter sind, wo es einfach so eine riesige Großstadt, die komplett still steht. Oh, das war herrlich. Eigentlich wie München vor der Krise einfach. Ja. Genau, wie München nach 20 Uhr. Genau. Mir ist auch eine Sache passiert, ich war joggen im Wald und mittlerweile ist es ja so, dass alle Leute sagen, naja, wir gehen jetzt halt dahin, wo sonst keiner ist. Machen ja alle, ne? Das heißt, überall da, wo man niemanden erwartet, findet man jetzt Leute. Und da, wo man sich sicher sein kann, dass niemand da ist, ist vorher schon einer auf die Idee gekommen, genau da hinzufahren, weil da ja nie einer ist. Und dadurch trifft man sich jetzt dort. Und ich war also joggen in so einem ganz trostlosen Wald und da habe ich so eine Gruppe von Leuten, also sechs Leute mit Hunden, die sehr nah zusammenstanden, keinen Abstand gehalten haben, die habe ich da erwischt, indem ich da vorbeigejoggt bin. Ich habe nichts gesagt, natürlich, also ich habe denen nicht wirklich erwischt, mir ist auch scheißegal, sie sollen nicht machen, was sie wollen, aber die haben mich dann so angeguckt, als hätte ich sie erwischt. Die haben sich so umgeschaut, als wäre ich jetzt hier irgendwie vom Ordnungsamt, weil die einfach nicht damit gerechnet haben, dass da jetzt einer hinkommt, die haben das für einen völlig genialen Plan gehalten, sich über Ostern da in diesem Wald zu treffen mit den Hunden. Was haben die da getrieben? Na, die haben da gequatscht und Bier getrunken und die Hunde sind rumgelaufen. Frech. So, und die haben mich dann angeschaut, so nach dem Motto, du verpfeifst uns jetzt aber nicht. Ja, und ich habe sie auch so angeschaut und nonverbal habe ich dann milde walten lassen. Oh, das ist aber nett, ja. Ich bin dann vorbeigejoggt. Hast du ein Petsauge gemacht? Wehm, was habe ich gemacht? So ein Petsauge, so ein Zwinker, Zwinker, ne? Komm, unter uns. Unter uns, Kollegen. Gleich packt er aber zusammen und geht nach Hause, ne? Könnte ein bisschen Spaß haben. Ja, ein bisschen könnte er noch mit der Hunde, aber dann geht es aber nach Hause, sonst komme ich nochmal mit der Polizei. Aber könnte es auch sein, dass sie dich so angeguckt haben, weil du ein Prominenter bist? Nee, das haben die, ich sehe, das sieht man noch nicht. Ich habe da so eine dämliche Mütze auf und so komische enge Klamotten und so. Klar, es sieht aus wie Batman, also da macht man sich keine Gedanken. Ich sehe auf jeden Fall nicht aus. Ich habe so eine ganz enge, so eine Joggingmütze und so und dadurch, dass ich diesen Fusselbart habe, es sieht so richtig scheiße aus und ich sehe auf jeden Fall, also man erkennt mich nicht wieder. So, also wir haben jetzt, sagen wir mal, ein paar Tipps mal rausgegeben. Das war jetzt so ungefähr so das Letzte, was wir jetzt so mitgeben, damit mal eine Woche klarkommt. Man muss ja eigentlich was anbieten für die Zeit zwischen Baywatch Berlin, darum geht es eigentlich, oder? Ja, genau, da bieten wir einerseits Late Night Berlin an, auch wieder am Montag. Wir sind wieder zurück. Ach ja, habe ich ja fast vergessen. 23.10 Uhr auf ProSieben. Ja, das wäre klar. Geht's wieder los, nach Ostern. Wer kommt? Riccardo Simonetti. Auf meinen persönlichen Wunsch. Ich bin großer Riccardo Simonetti-Fan. Ich habe jetzt ein längeres Interview mit ihm gehört und ich bin ein richtiger Superfan und eine Geschichte finde ich sehr gut, wenn ich ihn auch darauf anspreche, wenn ich ihn mal sagen. Der hat sich früher mal so vorgestellt, als wäre er bereits berühmt, bevor er berühmt ist. Und er war also zu Hause bei sich und hatte da eine harte Zeit, weil er auch viel so an der Bushaltestelle immer schon verarscht wurde, weil er also mit seiner Persönlichkeit nie hinterm Berg gehalten hat, was ich ja also grundsätzlich sympathisch finde. Und damit er da besser mit klarkommt, hat es ihm geholfen, indem er sich hineinträumt, in diese Welt ein Prominenter zu sein. Und immer wenn er morgens das Haus verlassen hat, hat er sich so die Hand schützend vor die Augen gehalten, als stünden dort Paparazzis. Obwohl er eigentlich nur morgens um sechs das Haus verlassen hat, um zur Bushaltestelle zu gehen, hat er das so verlassen, als wenn Rihanna ein Restaurant verlässt und ins Auto einsteigt. Hat er sich so die Hand davor gehalten und ist so abgeschirmt von der nicht existenten Paparazzi zur Bushaltestelle gelaufen und hat dann in dieser Fantasiewelt teilweise auch die ganzen Sprüche, die er sich dann anhören musste, besser ertragen da auf dem Dorf. Das fand ich so sympathisch. Und das ist nur einer der ganz wenigen Gründe, warum ich mich freue, dass Riccardo Simonetti kommt. Den möchte ich einfach, den möchte ich noch besser kennenlernen. Ich möchte, dass er in die Late-Night-Berlin-Familie aufgenommen wird. Das ist ein bisschen übergriffig von mir, ne? Ich kenne ihn noch gar nicht so richtig und ich schütte ihn so zu mit so Vorschusslorbeeren. Das ist ja immer unangenehm als Gast. Aber ich freue mich wirklich total, dass er kommt. Genau, das also am Montag 23.10 Uhr pro 7 und wir dann wieder nächsten Donnerstag 23.20 Uhr, ne? Wie immer. Topmodel Red und dann wir 5. Hier bei Dings, ich komme hier total durcheinander. Genau, das ist immer 23.20 Uhr, Late-Night-Berlin ist 23.10 Uhr. Also, wir wünschen euch eine gute Woche. Macht's gut und auch mal nachts um die Häuser schleifen. Das ist es. Aber nicht in fremde Zimmer gucken. So sieht's aus. Das ist creepy. Das machen wir nicht. Genau, machen wir nicht. Wie die Großstadt-Katze Schmidt einfach mal nachts aus leisen Pfoten über die Bürgersteine. Wie Franz Beckenbauer 1990. So laufe ich da durch die Straßen meiner Stadt. So ist es. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Das war Baywatch Berlin. Bussi Bussi. Bussi 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 Bussi.